Ciao, Andi hier. Weiter mit Resident Evil Village. Starts gleich mal auf. Und ich will euch heute mal den Söldner-Mode vorstellen. Finden wir ein. Isaiah macht schon ordentlich was her. Typischer Horden-Modus. Aber ist recht spassig. Jetzt hatten wir mal ein paar Runden gespielt. Da haben wir schon ein paar Sachen mal freigeschalten und das läuft eigentlich noch recht gut. So kommen wir da ab. Beim letzten Mal hat man irgendwie einen Gegner-Gefähre, den wir überhaupt nicht gefunden haben. Keine Ahnung, wo der Steckblühe ist. Mal schauen, vielleicht kann ich dieses Mal ein bisschen mehr Glück. Bereit halten! Zuerst mal zum lieben Juck. Du möchtest etwas kaufen? Ich will kaufen. So. Ah, ich habe mich übrigens entschieden, dass ich einfach einen Schuh mitnehme. Ah, das war dir aufgefallen? Und sicherlich Magazin nochmal ein bisschen höher höher. Überlass das mir. Ah, ich weiß nicht, dass ich mein Schuh mitnehme. So. Wenn du willst, kann ich deine Waffen... Danke für deine Treue! Bitte, bitte. Gerne. Ah, los geht's. Stock. Energie? Energie? Energie feine! Eine Räun. JackieF luggage! Na ihr Küche? Jetzt sieht die gar nicht ein Problem. Ich hoffe, dass die Bomben sind. Ah, so. oh ja 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 Oh, jetzt läuft's. Ja, hier war Witte. Die blauen Kugelsenbergs Fähigkeit wählen Jetzt, dass das eben ein bisschen Zufall generiert Hier nehme ich Ambescher am Einkommen Da muss ich mich schon sehen Ob es etwas neben gibt Das kostet Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist kein Problem. Tschüss, verursachen wir uns an. Auch wenn wir uns nicht mehr für den damage tun haben. Ja, das geht nicht. Das war's für heute. wow also so 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 Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Feiere! Schau! Ach da steigen doch die Schrumpfhinder nur ein Schuss drin, mert Anfänger Schauer Anfänger Notfall Butter Vibli Vibli 40 Das gefällt, äh... Äh, ich hab's mal ein bisschen ausgelogen, ob es irgendwie falsch ist, aber... Es hat recht aufgepuckt, aus. Ah, komm mal weiter. Ich hab eigentlich nur eine Kürtel ausgelöst, die Kopfschuss, äh, die Tavis Gegner, zum Beispiel jetzt, zum Beispiel. Auf geht's! Was ist das? Schmetzer! Schmetzer! Feist, kein Verlust. Und aufgestaubt, sehr schön! Na dann, sieh dich in aller Ruhe um! Moment bitte! Danke für deine Treue! Danke! Ah! 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 Oh, das ist ein Bonus? Gehen wir alles! Ah, ist klar war da jetzt die Versuche! Ich will nicht schaff sein! Jaaaa, leider besteht die Südse ist geschloben. Oh shiit! Hier habe ich das... Oh nein! Ah, den 3s braucht... 40... Das ist ja gelogen zu meinem Wortlos. 11 Wunschlitsche Abschlipplich Versuchst du meinen Appetit anzulegen? Ich lasse dich nicht gehen! Geh mir! Nur mir! Ich lasse dich nicht! Ich lasse dich! Ich lasse dich! So, nachher von genau dem Teil, wo ich letztens einen eigenen Funder habe. Ich glaube, das wird das Modus sehen. Ach, schon ausgab. Ziel. Jawohl. Oh, ja. Moment, bitte. Das ist alles langsam so viel Geld. Das ist ein großer Schaden dafür. Ah, das war dir aufgefallen? Natürlich. Danke für deine Treue. Ja, danke dir. Und tschüss. Danke für deine Treue. Danke dir. Danke dir. Oh mein Gott. Geh! 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 Hahaha! Hmm... 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 ...Snauberg... ...Gloge... ...da noch nirgendwie... ...spawn... ...woh... ...sitzt... GAAAH! 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 Hahaha! 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 Tschüss! Die Freakzone sehen wir immer auch sehr gut juegolos! Mit der Freakzone sehen wir schon sehr geil drauf, kann man schon gehen! Ich weiß nicht wie das läuft. Ich weiß nicht wie das ist. Es ist nicht so, dass es dann noch tönt, aber da ist es nicht so, dass es nicht so, dass es nicht so ist. Oh, fahre, nehmt noch mal, Oli. Na, du hast einen neuen Uf, daucht. Das ist gut. Oh, no. Hab ich da jetzt einen Damp gemacht oder ich steuere? Wunderbar! Wunderbar! Fähigkeit wählen! Wunderbar! 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 Das könnte sein! Letztes mal habe ich nur einen einen haste Pum aufgeschossen. Ich glaube, das war der Beehlte. Es kann natürlich sein, dass der da auf so einem Dumpen gelandet ist. Also da haben wir uns auf solche Gegner geimpft. Ich denke, jederseits nicht. Aber das Gegner zählt. Gah! 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 Ha! Ich habe Hyft! Sehr schön! Oh, dann holen wir doch einen Ziehbonus. Das geht ja, wenn es für 50 ist. Abgeschlossen! Jawohl! Neuer Rekord! Was, wie denn ein USB? Welche Punkte brauche ich dafür, dass ich danach ankomme? Oh, Scheiss! Nein! Ja, noch! Also, wünsche ich euch weiterhin viel Spass damit und bis dann! Tschö, zäme!